Am 16. Juli 2011 erscheint ein Post auf der Facebook-Seite von Tyler Hedley. Party bei mir zu Hause, vielleicht. Keiner kann das so wirklich glauben. Tyler's strenge Eltern würden niemals eine Hausparty erlauben. Um 20.15 Uhr tippt Tyler deshalb nochmal in seinen Facebook-Status Party bei mir kommt rum. Immer noch sind viele ungläubig. Eine Mitschülerin kommentiert darunter Okay, aber was ist, wenn deine Eltern zurückkommen? Werden sie nicht, glaub mir, antwortet ihr Tyler. Nichts steht einer riesigen Party im Weg. Eine Party, die niemand vergessen soll. Tyler Dass jemand in Port St. Lucie eine Hausparty mit hunderten Jugendlichen schmeißt, ist nichts Ungewöhnliches. Doch dass eine solche Party bei den Hedleys stattfinden soll, ist eine Seltenheit. Noch nie haben Tylers Eltern sowas erlaubt. Und jeder in seiner Highschool weiß, wie streng die Eltern mit ihrem 17-jährigen Sohn sind. Tyler wächst als jüngster von zwei Söhnen von Mary Jo, einer Lehrerin, und Blake Hadley, einem Ingenieur im örtlichen Kernkraftwerk, auf. Er ist ein fröhliches, höfliches Kind, das eine sehr enge Bindung zu seinen Eltern hat. Er spielt oft mit seinen Eltern im Vorgarten Baseball, tobt mit seinem älteren Bruder im Swimmingpool der Familie und aus dem Garten der Hadleys schallt auf fröhliches Kinderlachen durch die Nachbarschaft. Doch als Tyler älter wird, wird es still im Haus der Familie. Mit dem Beginn der Pubertät zieht sich der Junge immer mehr zurück. Er leidet unter einer Essstörung und einem mangelnden Selbstbewusstsein. So sehr, dass Mary Jo ihrem Sohn sogar Wachstumshormone spritzen lässt, damit er größer wird und sich sein Gewicht verwext, um weiteres Mobbing in der Schule zu verhindern. Sie fürchtet außerdem, dass Tyler an Depressionen leiden könne. Tyler. Sie selbst leidet ebenfalls an der psychischen Krankheit und hat Angst, dass sie es ihrem Sohn vererbt haben könnte. Tyler ist für seine Eltern schwer einzuschätzen. Er ist verschlossen, in der Schule hingegen regelrecht exzentrisch und versucht mit allen Mitteln Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch mit dem Gesetz kommt Tyler an seiner Jugend in Konflikt. Er und seine Freunde hängen in der Freizeit oft in einem nahegelegenen Wildreservat, in den Sümpfen Floridas, ab. An einem Tag zünden sie dort eine alte Couch mit Benzin an und verursachen dabei fast einen Weitbrand. Nur mit viel Glück kommt Tyler mit einer Verwarnung davon. Doch in der Nachbarschaft wirft das kein gutes Bild auf den einst höflichen und respektvollen Jungen. Die Eltern der Nachbarskinder verbieten ihn, mit Tyler Zeit zu verbringen. Und es festigt sich immer mehr das Bild eines merkwürdigen, seltsamen und verhaltensaufälligen Teenagers, dem die anderen Eltern sogar zutrauen, dass er Tiere quälen würde. Trotz seines jungen Alters beginnt Tyler schon früh zu trinken und zu kiffen. Doch auch das ist keine Seltenheit an Port St. Lucie. Es ist normal bei den Jugendlichen in der Gegend. Auch wenn die Stadt heute einer von vielen Vorstädten in Florida gleicht, wurde sie erst 1961 künstlich im Sumpfgebiet angelegt. Dabei hat man zwar Einkaufsmöglichkeiten, Wohnhäuser und die wichtigsten Einrichtungen bei der Planung bedacht, dafür Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche völlig vergessen. Das hat sich auch bis heute nicht geändert, obwohl die Stadt eine ungewöhnliche Demografie hat. 25% der Menschen in Port St. Lucie sind unter 20. Eine ungewöhnlich junge Stadt, die ihnen trotzdem nichts bieten kann. Die Jugendlichen hängen in Parks rum. Das größte Highlight sind gelegentlich Hauspartys. Die Kriminalitätsrate ist hoch. Verhaftung wegen Vandalismus, Einbrüchen und Sachbeschädigungen stehen einer Tagesordnung. Meist nur aus Langeweile. Auch der Drogenkonsum ist in der Stadt extrem hoch. Rapide gestiegen ist er zusätzlich seit der Immobilienkrise 2008, als in den leer stehenden Häusern Drogenlabore und Grasplantagen hochgezogen wurden. Auch Tyler begeht aus Langeweile Einbrüche. Als er im April 2011 noch in eine Schlägerei verwickelt ist, wird er wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Woche Haft im St. Lucie County Gefängnis sowie zweiwöchigen Hausarrest verurteilt. Seine Eltern sind entsetzt darüber, wie es so weit kommen konnte. Sie haben immer versucht, trotz der Probleme ihn fair zu behandeln. Doch scheinbar müssen sie strenger mit ihm sein. Sie schicken ihn mehrmals in psychische Behandlung und zu einem Drogenmissbrauchsprogramm. Denn obwohl Tyler erst 17 ist, ist die Liste an Drogen lang, die er zumindest schon mal ausprobiert hat. Xanax, Gras, Alkohol, Ecstasy, Ketamin und Crack. Ungewöhnlich ist das für einen Jugendlichen in Portsland Lucie jedoch nicht. Fast alle aus seiner Klassenstufe haben bereits Drogen konsumiert. Nach seiner Haftstrafe nimmt ihm seine Mutter sein Handy ab. Er ist die meiste Zeit allein in seinem Zimmer. Sein 23-jähriger Bruder ist erst vor kurzem ausgezogen. Die einzige Möglichkeit, mit seinen Freunden und Freundinnen Kontakt zu halten, ist am PC über Facebook. Am Tag seiner Haftentlassung schreibt er dort mit einer Freundin Isadora Folgendes. Schreibt mir nichts über Drogen. Was ist passiert? Meine Mutter hat mein Handy, weil ich letzten Montag verhaftet wurde und sie ist total am Ausflippen. Bin heute erst wieder nach Hause gekommen. Oh Mist. Ist richtig scheiße. Böser Junge. Du bist so verrückt. Was machst du gerade? Nichts. Denke an Selbstmord. Warum? Ich denke, weil ich sterben will. Welche Gründe gibt es sonst? Meinst du das ernst? Ja. Manchmal will ich sterben. Stirb nicht. Rauch eine Bong, wenn du down bist. Habe ich früher gemacht. Jetzt trinke ich, wenn ich deprimiert bin. Füllt meine innere Leere aus. Es ist nicht das erste Mal, dass Tyler über Suizidgedanken schreibt. Es ist aber auch nicht das einzige Mal, dass er sich über seine Eltern und vor allem seine Mutter Mary Jo auslässt. Am 2. Juli 2011, als sie ihm erneut sein Handy weggenommen hat, schreibt er seiner Schulfreundin Mercedes in einem Facebook-Chat. Lol, ja, sie ist so eine Fotze, das ist klar. Ich könnte sie umbringen. Oh mein Gott, kein Gefängnis, lol. Nun ja. Doch viele hatten den Hass gegen seine Mutter schlichtweg für übertrieben und als erneuten Versuch, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Denn Tyler kann auch anders. Oft plagt ihn nach Streitereien mit seiner Mutter das schlechte Gewissen. Am Muttertag schreibt er mit Mercedes folgendes. Ist deine Mutter sauer? Nee, sie ist enttäuscht. Ich fühle mich schlecht, sie hat geweint. Oh. Hast du irgendwas Besonderes für sie gemacht? Ist Muttertag? Ja, ich und mein Bruder haben sie zum Essen eingeladen und so. Haha. Ah, das ist so süß, lol. Lol, ich weiß, es war ein schöner Tag. In den Tagen und Wochen vor Tylers großer Party haben seine Eltern erstmals das Gefühl, dass er wieder der Alte wird. Mary Jo erzählt Anfang Juli ihren Freundinnen, dass sie glücklich darüber ist, welchen Fortschritt ihr jüngster Sohn beim Psychiater macht. Am Wochenende vor der Party ist Tyler zusammen mit seinem Vater Blake und seinem Großvater bei einem Familientreffen. Ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass es irgendwelche Probleme zwischen Tyler und seinen Eltern gab. Er erinnert sich später sein Großvater. Einen Tag vor der Party gehen Mary Jo und Blake zusammen mit ihrem Sohn essen. Zufällig trifft er dabei einen Freund. Bei der Verabschiedung lädt Tyler ihn zu seiner Hausparty ein, die einen Tag später, am 16. Juli 2011, stattfinden soll. Eine Party, die Tyler schon lange geplant hat. Wochenlang hat er in der Highschool erzählt, dass er eine riesige Party schmeißen will. Nur seine Eltern müsse er dafür loswerten. Geglaubt hat ihm das niemand und ist wieder nur für eine der vielen Geschichten von Tyler gehalten, um im Mittelpunkt zu stehen. Selbst als Tyler Anfang Juli 2011 sagt, dass er seine Eltern töten werde, um seine Party durchzuziehen. Doch es scheint auch Leute zu geben, die an Tyler's angekündigte Party glauben. Und sogar wissen, dass der 17-Jährige nicht nur darauf wartet, dass seine Eltern in den Urlaub fahren. Zumindest lässt er sein kryptischer Chat vermuten, den er am Morgen seiner Party mit seinem Freund Matt führt. Hast du's gemacht? Nein, aber werde ich. Wetten? Solltest du jetzt machen. Mach's. Keine Sorge, mache ich. Dann schmeiße ich eine Party. Yeah, Party-Time, Alter! Die Party Als Tyler am 16. Juli 2011 um 20.15 Uhr bei Facebook ankündigt, dass eine Hausparty bei ihm stattfindet, ist es für viele Jugendliche in Portsland Lucy eine gelungene Abwechslung. Es ist ein warmer Sommerabend und wie immer ist nichts los für junge Leute in der Stadt. Gegen 23.30 Uhr kommt die Party langsam in Gange. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits 60 Menschen im Haus der Headleys. Regeln gibt es fast keine. Die Jugendlichen können drin laut Musik machen, jeder kann vorbeikommen, Getränke sind verschüttet. Das Einzige, was Tyler nicht will, ist, dass drin geraucht wird. Der 17-Jährige wirkt nervös. Er schwitzt und kann kaum stillstehen. Aber nicht, weil immer mehr das Haus seiner Eltern verwüstet wird, sondern weil er Ecstasy genommen hat. Die wenigsten Menschen, die bei der Party sind, kennen den Gastgeber. Doch das interessiert niemanden. Ganz im Gegenteil. Die Hemmschwelle, sich daneben zu benehmen, ist viel niedriger. Nach nur kurzer Zeit liegen Bierdosen im Vorgarten der Headleys. Die Leute durchwühlen die Küchenschränke, nehmen Ecstasy und kiffen. Beim Bierpong spielen werden Getränke verschüttet. Glasflaschen gehen zu Bruch und das Zimmer seines älteren Bruders, der erst wenige Wochen zuvor ausgezogen ist, wird verwüstet. Tyler scheint das alles locker zu sehen. Nur draußen soll niemand laut sein, damit keine Polizei gerufen wird. Darauf, wo seine Eltern eigentlich sind, gibt Tyler jedem eine andere Antwort. Mal seien sie bei Verwandtschaft in Georgia, mal in Orlando und Fremden sagt er, dass er ganz allein in dem Haus leben würde. Schon bald scherzen einige der Partygäste, ob Tyler seiner Eltern getötet hat. Einer der fremden Jugendlichen ruft sogar in die Menge, dass es im Haus nach Leichen riechen würde. Alle lachen darüber, während sie Bierpong spielen oder Musik am PC der Eltern machen, wo an der Tastatur und auf dem Boden eine braune Flüssigkeit klebt. Wahrscheinlich nur abgelaufene Cola oder Bier, denken sie. Bereits um 0.30 Uhr geht das Bier aus, sodass einige der Jugendlichen los müssen, um Neues zu holen. Immer noch strömen Leute zur Tylers Party, die von anderen Partygästen eingeladen werden, weil seine Party das coolste überhaupt sei, wie es später in den SMS und Schätz der Gäste heißt. Tyler selbst ist die meiste Zeit wortkarg und meidet Blickkontakt. Nur als jemand einen Briefkasten klaut, brüllt er, dass bald die Polizei vor der Tür stehen werde. Als sein Freund Mark die Party verlassen will, fragt Tyler ihn, ob er mit ihm alleine reden könne. Ich habe etwas gemacht, wofür ich locker ins Gefängnis kommen kann, vielleicht sogar lebenslänglich. Du wirst mir das nicht glauben, niemand wird mir das glauben, aber ich habe verdammt nochmal jemanden umgebracht. Wirklich glauben kann Mark ihm das allerdings nicht. Doch es bleibt nicht bei dieser einzigen Aussage in der Nacht, die den anderen seltsam vorkommt. Einem jungen Mann, den der 17-Jährige erst bei seiner Party kennengelernt hat, sagt er, dass er noch was Cooles machen wolle, bevor er geht. Auf Nachfragen sagte er ihm, dass er Suizid begehen werde. Seiner 20-jährigen Nachbarin erzählt Tyler, dass er schon bald für 60 Jahre fortgehen würde. Gegen ein Uhr bittet Tyler seinen besten Freund Michael Mandel mit ihm unter vier Augen zu sprechen, wo er ihm das Unfassbare offenbart. Er hat seine Eltern getötet. Erst jetzt fällt Michael das Offensichtliche auf. Die beiden Autos von Mary Jo und Blake Hadley stehen vor der Garage. Sie können gar nicht weggefahren sein. Doch obwohl Tyler ihm genau erzählt, was passiert ist, kann er nicht fassen, was sein bester Freund getan haben soll. Er verlangt deshalb, dass Tyler ihm die Leichen zeigen soll. Tyler führt ihn deshalb zum Elternschlafzimmer, das an den Wohnbereich mit offener Küche grenzt und wo gerade mehrere Dutzend Jugendliche trinken, feiern und Drogen nehmen. Hinter der Tür erwartet Michael Chaos. Kaputte Möbel, Esszimmerstühle, ein verkramtes Bett. Und unter all dem Durcheinander sieht Michael ein Bein. Das leblose Bein von Blake Hadley. Ein anderer Freund von Tyler sieht, wie Michael gerade bleich aus dem Elternschlafzimmer stürmt. Aber Michael bleibt bei der Party seines besten Freundes und macht sogar ein Selfie mit Tyler. Eine Entscheidung, für die er in der Presse harsch kritisiert wird und er selbst in einem Interview Stellung bezieht. Ich wusste, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich ihn sehen werde. Wenn man in meiner Haut stecken würde und dieser Typ der Mösterfreund wäre, würde man nicht sofort abhauen. Ich weiß, wie abscheulich und krank das ist, was er getan hat. Aber du wärst nicht einfach weggelaufen. Du siehst ihn nicht als Mörder. Um zwei Uhr verkünden einige Jugendliche, dass sie noch zu einer weiteren Party losziehen wollen. Tyler steht währenddessen ausdruckslos an der Straße, als 14 Autos mit dröhnender Musik vor dem Haus der Hadleys losfahren. Doch die angebliche Party stellt sich als Falschmeldung heraus und eine halbe Stunde später trudeln viele von ihnen wieder ein. Währenddessen hat allerdings Talas Nachbarin bereits die Polizei gerufen. Sie kann nicht verstehen, was bei den Hadleys los ist und warum seine Eltern Tyler eine so laute Party erlauben. Als die Polizei eintrifft, verstecken sich die Jugendlichen in Tylers Zimmer. Er kann die Polizei überzeugen, dass bei ihm gar keine Party stattfindet, die daraufhin wieder losfährt. Doch Tyler kann mittlerweile nicht mehr verstecken, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Wie paranoid verschließt er sämtliche Jalousien, ist nervös und schaut ständig aus dem Fenster, als sei jemand hinter ihm her. Sein Mr. Freund Michael nutzt zu diesem Zeitpunkt die Gelegenheit, um die Party zu verlassen. Davor versteckt er noch zehn Oxycodon-Tabletten, mit denen Tyler Suizid begehen will, wie er ihm angekündigt hat. Als um kurz nach drei Uhr langsam alle Leute gehen, kündigt der 17-Jährige an, am nächsten Tag nochmal eine Hausparty schmeißen zu wollen. Auf einen Facebook-Post, der sich bei ihm für die Party bedankt, antwortet Tyler, dass es morgen weitergehen würde. Um 4.40 Uhr postet er als Facebook-Status Um kurz vor acht schreibt einer seiner Freunde als Kommentar Doch Tyler kann den besorgten Kommentar seines Freundes nicht mehr lesen. Kurz nachdem er seinen letzten Facebook-Post in den frühen Morgenstunden postet, klingelt es erneut bei den Headleys. Diesmal stehen aber keine betrunkenen Jugendlichen vor der Tür, die feiern wollen. Es ist die Polizei. Sein bester Freund Michael hat sie verständigt. Der Doppelmord Um 4.32 Uhr am Sonntagmorgen treffen die ersten meinen Polizeibeamten ein. Nur noch Tyler ist im Haus. Sie sehen von draußen, wie er seinen Facebook-Post verfasst, selbst Gespräche führt und dabei einen verstörenden Gesichtsausdruck hat. Im späteren Polizeibericht steht Seine Augen waren weit aufgerissen und er blinzelte nicht. Sie sehen von draußen mit an, wie der 17-Jährige Bücher auf den Boden und gegen die Wände schleudert. Bevor sie schließlich klingeln und Tyler ihn mit den Worten öffnet, führt mich einfach ab. Zwischen dem ganzen Chaos im Haus, den verschütteten Getränken, den emulierten Möbelstücken und den Glasscherben offenbart sich der Polizei der grausame Doppelmord, der sich kurz vor der Party ereignet hat. Und den Tyler detailliert noch bei der Party seinem besten Freund Michael und schließlich auch der Polizei schildert. Es ist der 16. Juli 2011, um 17 Uhr. Tyler weiß, dass er seit Wochen seine Hausparty angekündigt hat und dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Er hat die Handys seiner Eltern versteckt, damit sie ihrem Sohn hilflos ausgesetzt sind. Um sich laut eigener Aussage in Stimmung zu bringen, hört Tyler Musik und nimmt dann drei Ecstasy-Pillen, weil er weiß, dass er sonst seinen mörderischen Plan nicht durchziehen könne. Aus der Garage holt er einen Hammer und geht ins Wohnzimmer. Dort sitzt mit dem Rücken zu ihm seine Mutter Mary Jo am Computer. Fünf Minuten steht er wie erstarrt im Zimmer, bevor er den Hammer hebt und auf den Kopf seiner eigenen Mutter einschlägt. Von den Schreien seiner Frau alarmiert, rennt sein Vater Blake ins Wohnzimmer. Auch wenn er seinem hageren Sohn körperlich überlegen ist, ahnt er nicht, was ihm im Wohnzimmer erwartet und dass sein eigener Sohn mit einem Hammer auf ihn losgeht. Nachdem er seine eigenen Eltern getötet hat, wickelt Tyler um ihre Köpfer Handtücher, zieht ihre Leichen ins Schlafzimmer und legt sie mit dem Gesicht nach unten auf den Boden. Über ihn stapelt er Möbel, Bücher, Kissen und sämtliche Beweismitte an den Blut klebt, bevor er duschen geht und sich im Badezimmerspiegel selbst anlächelt. Danach versucht er drei Stunden lang, das Blut aus dem Wohnzimmer wegzuwischen. Es dauert länger, als er erwartet hat und er muss sich beeilen. Schließlich kommen bald seine Partygäste, die neben der verschlossenen Schlafzimmertür, hinter denen zwei Leichen liegen, feiern werden. Dass es Tyler nicht mal schafft, das ganze Blut vom PC und dem Boden zu entfernen, fällt den Jugendlichen allerdings nicht mal auf. So dreckig, wie es nach kurzer Zeit bei der Party ist, halten alle die braunverkrusteten Flecken für verschüttete Getränke. Tyler selbst sagt nach den Morden, dass der Medikamentenmissbrauch schuld an allem sei. Seinem Freund Michael schreibt er in einem Brief, dass er vom Teufel besessen durch die vielen Psychopharmaka sei, die ihn schlussendlich zu einem Doppelmord trieben. Ich wünschte, ich hätte nie angefangen, diese verdammten Tabletten zu nehmen. All das wäre nie passiert. Ich bereue alles, was ich getan habe. Ich schwöre, das sind diese Drogen. Was ist in dem Brief an Michael? Michael hingegen ist sich sicher, dass Tyler die Morde von langer Hand geplant und gewartet habe, bis sein älterer Bruder ausgezogen war. Auch ein Mitgefangener belastet Tyler schwer. Ihm gegenüber zeigt er keinerlei Reue und erzählt, dass er den Mord an seinen Eltern und die anschließende Party drei Wochen geplant hat. Er sagt zu ihm in Haft außerdem, du hättest zur Party kommen sollen, es war supergeil. 2014, als Tyler 20 Jahre alt ist, beginnt der Prozess gegen ihn. Seine einzige Angst, lebenslänglich zu bekommen, bewahrheitet sich. Tyler Hadley wird zur lebenslangen Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Zwei Jahre später wird das Urteil aufgehoben. Da er zum Zeitpunkt der Morde erst 17 Jahre alt war, sieht der Berufungsrichter das Urteil als zu hoch an. 2018 wird Tyler erneut verurteilt. Zwar immer noch zu lebenslänglicher Haft, allerdings mit der Möglichkeit auf Bewährung. Dass Tyler Reue zeigt, lassen zumindest die Briefe an seine Großeltern vermuten. Im Gegensatz dazu steht allerdings seine Fanpost, die er ins Gefängnis bekommt und deren Antworten er mit Hammer Time unterzeichnet, als wolle er seine Eltern noch über den Tod hinaus verhöhnen. Auch in Port St. Lucie zeigen viele Jugendliche mehr Mitgefühl für Tyler als für seine Opfer. Ein Jahr nach Thalers Party wird sogar ein 14-Jähriger aus Port St. Lucie aus Angst vor Nachahmungstätern vernommen. Er hat mit einem Mitschüler einen Vertrag zur Ermordung seiner Eltern für 1200 Dollar geschlossen. Viele der Jugendlichen aus der Stadt geben seinen Eltern die Schuld. Sie hätten ihn zu sehr eingeschränkt. Und gegenüber den zahlreichen Berichterstattungen und Kamerateams, die sich plötzlich in der Stadt tummeln, sagen sie, dass jeder von ihnen unter Drogen schon mal Fehler gemacht hätte. Vielmehr scheinen sie Tyler Bewunderung zu zollen. Oft betonen sie in ihren Interviews, wie wahnsinnig und cool die Nacht war. Schließlich können sie auch noch in 20 Jahren sagen, dass sie bei der Party war, die Port St. Lucie weltbekannt gemacht hat.